Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Wäschespinner Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Wäschespinner Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Juwelwäschespinne. Was der Juwel-Drehkleidungstrockner Nova Plus 600 Lift spezifisch aus erschwinglichen Artikeln identifiziert, ist die modernste Einhandautomatik. Damit können Sie den Nova Plus 600 Lift schnell mit einem Hebel öffnen oder schließen. Urheberrechtlich geschützte Linienklemmen sorgen dafür, dass die Wäscheleinen immer straff sind. Der Rotationsbekleidungstrockner kann ebenfalls stufenlos für eine optimale Arbeitshöhe nachjustiert werden. Unten sind handlich und die dualen Box-Profilarme und stabile leichte Aluminium-Ständer-Pipeline, die stark in einer anderen Bodenhülse liegt. Die Bodensteckdose erscheint wie eine riesige gelbe Schraube und kann auch mit einem Einschraubgerät direkt in den Rasenboden eingeschraubt werden. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Lifehide Wäscheschirm. Der Lifehide rotierende Wäschedruckner Lenomatic 600 Plus ist ein führendes Produkt im Bereich der Waschpflege. Höhenmodifikation, Manages, Bars sowie die Mittel zum Spannen der Leine gehören zu den besten, die der Markt zu liefern hat. Dank der eingebauten Spannungstechnik muss man nur die Stange auf dem Gleitgelenk drehen und auch die Linien sind in jeder Hinsicht straff. Darüber hinaus sind die Linien des Linomatic durch Abdeckungen an den Stützarmen rundum vollständig vor Schmutz geschützt. Dank des automatischen Leitungssystems zieht der Lifehide beim Schließen automatisch die Linien ein. So sind sie in den Stützarmen gesichert. Wenn sie das nächste Mal genutzt werden, öffnen sie sofort wieder. Auf Platz 3, haben wir die Juwelwäschespinne. Für die Analyse des Juwels Wäschespinne Nova Plus Evolution Lift sind drei einmalige Funktionen unerlässlich. Der Gas Frühling für die Handstange, die Sicherheitshülle und auch die Eindrehbodenhülse. Besonders begeistert sind wir von der Gasfeder, die beim Öffnen oder Schließen den Handhebel stützt. Aber wir entdecken zusätzlich die Bodensteckdose und die fast automatisierte Sicherheitsabdeckung bemerkenswert. Alle Informationen finden Sie im ausführlichen Prüfprotokoll für Juwelrotieren der Bekleidungströckner Nova Plus Evolution Lift. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Wäschespinne Lift. Der Brabantia Drehbekleidungströckner Lift-O-Matic. Wir mögen seinen einfachen und unkomplizierten Rahmen. Es gibt keine unnötigen Tricks unten, der rotierende Bekleidungströckner wird auf seine Funktion minimiert. Damit erreicht Brabantia einen Preis, der in der Prüfung dramatisch unter dem der verschiedenen anderen rotierenden Wäschedröckner aufgeführt ist. Dieser rotierende Bekleidungströckner kann mit dem Lift-O-Matic-System ständig an seine geeignete Funktionshöhe angepasst werden. In der tiefen Platzierung kann das Waschen, das nicht hängen sollte, wie Swerzhirze wie Kissen, bequem abgelegt werden. Durch die Befestigung der Tragenarme von zwei Kunststoffringen, die sich leicht um die Einstellvorrichtung befinden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Lifehide Wäscheschirm. Auf den ersten Blick sieht der Lifehide Drehbekleidungströckner offen aus wie ein Zelt im Freien im Hof oder auf der Terrasse. Was nicht einmal irritierend erscheint, meinen wir wirklich trennt die so wie doch wetterfest. Wenn Sie den rotierenden Wäschedröckner zusammenklappen, verschwinden die Leitungen unter der Dachabdeckung und sind ständig vor Staub und Schmutz geschützt. Es ist sehr einfach und auch schnell. Bei der Untersuchung brauchten wir nicht mehr als 10 Sekunden pro Mal, nachdem wir die Wäsche beseitigt hatten. Das liegt vor allem am makellosen Teleskopöffnungsmechanismus, einem überzeugenden Gebäude. Es wird direkt auf dem Standrohr geöffnet und verriegelt, ohne nennenswerte Verrenkungen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst,